Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Ich beginne gleich zuallererst mit Prag. Die News ist nicht ganz so neu, die ist schon vom 23. habe ich aber total verpasst, hier in die Daily aufzunehmen, obwohl ich mich extrem darüber gefreut habe. Denn meine Lieblings-Einkaufs-App Bring, ein Schweizer Produkt, mit dem man ganz einfach Einkaufslisten für verschiedene Stores und verschiedene Lokalitäten erstellen kann, die hat jetzt eine eigene Shopping-Funktion. Nachdem sie vor kurzem die ganzen Aktionsblättchen und so weiter aufgenommen hat, ist das eine weitere Erweiterung. Heisst, man kann nicht nur die Einkäufe planen, man kann die auch gleich tätigen. Und als erster Store und für mich auch wichtigster Store da drin ist Prag, Prag.ch. Und da kann man jetzt den Esswaren darüber bestellen. Einfach schnell vor 15 Uhr, vor 17 Uhr meine ich, besser gesagt, ist das Ganze am nächsten Tag im Briefkasten. Tolle Geschichte, muss ich unbedingt mal ausprobieren. Weiter geht's mit einem Patent, was Apple erhalten hat und worauf die Spekulationen natürlich jetzt gross angegangen sind. Google hat mit Duplex eine Geschichte vorgestellt, mit der der Assistent von Google selber telefonieren kann. Microsoft, von denen weiss man, die arbeiten ja auch an solchen Geschichten und haben sich da auch gerade wieder mal neues Know-how eingekauft. Und bei Apple ist es eigentlich kein Wunder, dass es auch kommt. Zumindest eben laut dem Patent haben sie es so eingerichtet, dass beim Fahren-nicht-stören-Modus ein Anrufbeantworter angeht. Eigentlich so, wie man es vom iPhone her beim Anruf kennt, wie man mit SMS zurückmelden kann, soll das dann auch über eine Anrufbeantworter-Funktion gehen. Ich bin ja schon mal gespannt. Die WWDC ist ja nicht mehr so weit, aber wie immer behaltet diese Gerüchte vorsichtig, denn Patente sind einfach vor allem dazu da, um sie sich zu sichern. Ja, die Welt könnte untergehen, zumindest für das Geek-Talk-Podcast-Universum. Nee, ein bisschen gross angesprochen, aber die App Instapaper ist so ein Lese-später-Dienst, den wir dazu nutzen, um Themen zu sammeln. Sei es für die News-Folgen im grossen Podcast, sei es für die Spielen-Folgen, sei es aber auch für den Daily hier. Über dieses kleine Clipping, zum einen im Safari oder in sonstigen Browsern, auf dem Desktop, aber auch mobil, darüber sammeln wir die ganzen Themen in einem Google-Doc mit einem Magic-Magic-If-This-Then-That-Umweg. Und ja, die haben jetzt spontan das Ganze temporär ausgesetzt, nämlich wegen der DGSVO, diesem lustigen Zeugs, was heute in Kraft tritt übrigens. Es wird nicht das letzte Mal sein, wo ihr dieses Wort noch gehört habt. Und ja, sie sind aktuell unter Hochdruck am Arbeiten einer Lösung. Wahrscheinlich hat das, was man wollte, nicht so geklappt oder keine Ahnung, weshalb. Auf jeden Fall hoffe ich, dass die Schweiz hier nicht aussetzt, dass das nur in Europa der Fall ist, weil ich mag mir da keine neuen Workarounds basteln. Das wäre gar nicht schön, auf jeden Fall. Facebook-Jobs. Nachdem man mittlerweile in LinkedIn sogar eine eigene App gebastelt hat für die Job-Geschichte, hat jetzt Facebook die Jobs-Geschichte auch für Deutschland und die Schweiz aufgestellt. Oder freigeschalten, besser gesagt. Wie es mit Österreich ist, weiss ich nicht. Liebe Hörer, bitte lasst uns doch wissen. Neu könnt ihr über die Unternehmensseiten, welche Jobs ausgeschrieben haben, euch direkt darauf bewerben. Wie das funktioniert und so weiter, daily.geektalk.ch, da habt ihr das Ganze in den Show Notes mit drin. Die Apple-Austausch-Geschichte des Akkus von iPhones, iPhone 6, iPhone 6 Plus und so weiter, 6S und S Plus und 7er und Co. Die ist ja im vollen Gange, sprich das ganze Jahr kann man das Ganze noch tauschen lassen. Wer innerhalb des letzten Jahres, vom 1. Januar 2017 bis zum 28. Dezember 2017, sein iPhone hat reparieren lassen, eben aus genau genannten Gründen, wegen Akku und so weiter. Und das bei einem autorisierten Händler getan hat, der kann sich jetzt bei Apple melden und bekommt in der Schweiz zumindest eine Gutschrift von 50 Währungseinheiten, also Schweizer Franken. Nicht schlecht, Dankeschön, würden, denke ich doch, sagen all diejenigen, die es betrifft. Das selbstfahrende Auto, der Apple-Car, immer wieder in den Gerüchten und alles heisst immer wieder verschoben und wieder es kommt was und sowieso. Jetzt neue Gerüchte und nicht nur Gerüchte, sondern eine neue Kooperation. Apple ist nämlich mit Volkswagen eine eingegangen, nachdem es anscheinend mit BMW und sonst noch irgendeinem Konzern nicht geklappt hat, hat man jetzt mit den Van-Geschichten vom Volkswagen eine Einigung erzielen können, sodass Apple solche ordert. Und zwar, um die selbstfahrend bei ihnen zu Hause, also zu Hause, bei ihnen im Firmengelände und auch für die Mitarbeiter hin und her nutzen kann. Das Ganze natürlich ausgestattet mit Apple-eigener Hardware und mit Zugriff auf bis tief hinein, nehme ich doch mal schwer an. Und da dürfen wir natürlich gespannt werden, wie es da weitergeht. Apple ist ja mittlerweile schon mit mehr selbstfahrenden Fahrzeugen unterwegs als Google. Und ja, mal schauen, was daraus wird. Jetzt kommt sicherlich noch das eine oder andere mehr dazu durch die Kooperation. Dann kommen wir zu einem Dienst, der sich VPN-Hub nennt. VPN-Hub, ja, VPN-Dienste, die sind praktisch nützlich, mittlerweile nicht mehr ganz so nötig in den Ferien zum Beispiel. Denn Netflix unter anderem kann man ja grundsätzlich auf einen Dienst zugreifen, nicht auf das eigene Lokale von zu Hause. Aber zumindest das, was in dem Land aktuell ist. Aber darüber kann man dann eben sonst noch Geschichten tun. Und Pornhub, hätte ich jetzt das piepsen müssen? Ich glaube, doch. Die starten einen eigenen kostenlosen VPN-Dienst. Und der Grund ist nämlich, dass in Grossbritannien Leute, die auf solchen Seiten rumrutschen, ich sage es jetzt nicht nochmals, die sich einen Pass, vier Buchstabenpass organisieren müssen am Kioski ihres Vertrauens und damit dann sich einwählen können auf eben solchen Seiten, Netzsperren und solche hässlichen Geschichten. Ja, und da will natürlich eben der Hersteller entgegenwirken und bietet somit ein eigenes VPN an. Das Ganze auch in der Premium-Version, wo das Ganze dann schneller vergeht, werbefrei geht, wo man den Standort selber wählen kann, etc. Testen kann man das Ganze für sieben Tage. Ich bin mir nicht sicher, ob die sieben Tage am Stück sind oder Procession. Nee, Quatsch. Spass beiseite. Ja, wer es braucht, sollte sich das mal anschauen. Ansonsten, ja, gibt es sicherlich auch noch andere Alternativen in dem Bereich. Zu guter Letzt habe ich nur noch eine Neuigkeit von einem Schweizer Mobilfunkprovider, der Swisscom, den wir immer wieder mal haben. Auch mein eigener, muss ich vielleicht dazu sagen. Die haben das Angebot erweitert. Nachdem die beiden anderen grossen Sunrise und Salt in den letzten Tagen ihre Angebote, was Rooming und sonst so ein paar Dinge angepasst haben, hat man bei der Swisscom reagiert. Und zwar so, dass ich könnte eigentlich meine SMS vorlesen. Genau, was kam da für eine Neuigkeit? Irgendwie bla 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 bla. Genau, ab sofort surfe ich doppelt oder schneller, besser gesagt, statt mit 450 Megabit in der Sekunde mit 700 Megabit in der Sekunde. Logischerweise im Idealfall. Und zusätzlich bekomme ich Rooming-Inklusiv-Daten statt 3 GB pro Monat 6 GB, die ich im Ausland für mich habe. Das ist schön, vor allem schließt das wieder, nachdem ich am letzten Herbst zurückgefahren bin mit dem Abo und nicht mehr das grösste habe, wieder ein bisschen auf. Beim grössten Abo hat man bis zu 48 GB Daten, die man im Ausland verbraten kann und sonst noch ein paar schöne Annehmlichkeiten. In diesem Sinne, das waren es die News, die ich heute für euch bereit habe. Nächste Woche ab Montag ist der Achim wieder für euch da und ja, euch ein wunderschönes und vor allem erfolgreiches Wochenende und heute noch einen tollen Freitag. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.